Hey, Big Man! Was geht ab? Willkommen zu Vlog 2 hier auf Madeira. Ich schwöre euch bei Gott, vielen Dank für die erste Resonanz auf den ersten Vlog. Es war fantastisch. Jetzt gehen wir wieder einkaufen. Ich schwöre euch, wir haben den ganzen Tag nichts gemacht. Wir haben den ganzen Tag fucking nichts gemacht. Es schüttelt auf Madeira, es pisst wie Sau. Hier geht überhaupt nichts. Pass auf, ich muss euch was zeigen. Wir haben es jetzt circa um 20 Uhr und ich laufe die ganze Zeit mit Sonnenbrille rum, weil meine richtige Sonnenbrille ist ja nicht mal meine richtige Sonnenbrille, das ist meine normale Brille. Die ist richtig durchgenudelt, weil ich mich vor Tagen draufgelegt habe. Die hängt voll schief, das sieht richtig scheiße aus. Ich muss nachher erstmal zu einem Brillenfachgeschäft, wenn ich wieder in Köln bin, damit das alles wieder ordentlich läuft. Auf jeden Fall fahren wir jetzt wieder einkaufen, weil möglicherweise ist mein Eistee leer und ich brauche noch ein paar Kekse. Wir fahren jetzt zum Supermarkt, zum Einkaufscenter. La Vie oder so heißen Scheiß. Aber Olivia muss jetzt erstmal fertig werden. Olivia! Ja, gleich geht's los. Wir nehmen euch mit. Das ist jetzt das einzige, was wir filmen können. Wir hatten keine Korne aufnehmen und wir haben auch alle eben nur mit Chili gepennt und gearbeitet. Wie sieht es aus, die Scheiße? Kann man das erzählen? Ja, ne? Es ist wunderschön. Es ist super schön. Guck mal hier draußen, der Himmel weint. Ich habe keine Schuhe an. Weißt du warum? Oh nein. Digga, ist schon zu spät. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Du hast den ersten Socken. Ja, der Himmel weint, weil Ronaldo ist wahrscheinlich wieder abgereist oder so. Wieder bei den Saudis, keine Ahnung. Naja. Wir fahren jetzt los. Olivia, bist du bereit? Sehr gut. Jetzt fühlt man auch nichts mehr, Alter. Die Palmen haben zu beschubt. Es tut mir leid, fucker Hunter. Leute, halt mal bitte die Kasse. Entschuldigung. Schau dir, wie findest du das Einkaufscenter? Es ist... War es hier schon mal? Ne, du weißt ja noch gar nicht. Ne, ich war ja noch gar nicht. Aber ich habe auch irgendwie so dieses Gefühl, dass jedes Einkaufscenter immer gleich aussieht. Es ist wie so ein Mall. Ich finde es richtig cool. Ich versache es nicht ganz schön. Ich überlege, ob wir noch irgendwas holen müssen. Haben wir die Stühle? Ne, wir haben keine Stühle. Boah, wir laufen voll im Gegenteil. Haha. Willst du noch was von Intimissimi? Intimissimi? Ich hätte gerne schönes Dessou für die Nacht. Ich glaube, Intimissimi ist so ein Ding, was jeder ist wie das andere. Punke Möller. Ja. Jeder, der eine Freundin hatte, kennt das. Wirklich. Oh Gott. Jeder. Das war einmal teuer. Das ist wirklich teuer. Aber zum Glück nicht mein Problem. Henkel, oder die Orte, dass du mit diesen Berater fährst. Jetzt kann ich es nicht filmen, weil da geht das nicht. Das ist richtig fein. Das waren da richtig auf die Produkte. Das ist so geil. Ist auch noch übel zu Weihnachtszwiebeln. Ist noch Weihnachtsmarkt in der Stadt. Es ist auch noch Weihnachtsmarkt. Der läuft immer noch. Der ist unten am Hafen. Das ist riesengroß. Da haben die auch so einen riesigen Baum und so. Aber die haben es echt schön gemacht, muss man sagen. Aber keine Ahnung, was wir jetzt machen. Wir müssen jetzt warten, dass Olivia ihren ganzen Kram bei Zara zurückgeben kann. Währenddessen müssen wir uns jetzt beschäftigen. Wir laufen jetzt hier einfach um. Wir machen was Lustiges. Das können wir hier Lustiges machen, ohne dass wir Ärger kriegen. 24 Stunden, ne, Maul? Ne, die haben auch Douglas. Das ist Douglas, das ist eine deutsche Kram. Weißt du, ich warst Deutsch? Ich weiß es nicht. Ich meine, ja. Aber es ist Fügel, wie gesagt, so JD. Das haben wir auch alles in Köln. Ja, ja. Vance. Ist ein Kölner. Vance ist so ein Kölner Ding. Wusstest du, dass Vance für die Wurzel aus ANS steht und das ist 420? Wirklich? Hä? Aber was soll ANS sein? Okay, ich habe keine Ahnung. Habe ich in so einem TikTok gesehen, dann glaube ich, dass alles, was im Internet steht, stimmt. Ah, sorry. Sorry. Da bist du. Wer bin ich? Da. Der nackig in der Krippe liegt? Ja. Kannst du den Ball hochhalten? Ne, das werde ich auch nicht tun. Ich glaube, das darf man nicht, oder? Mach doch. Boah, ich hätte es ewig nicht gemacht. Oh Gott. Ich kann aber so lange halten. Normalerweise. Ich habe nicht die Schuhe dazu. Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt es an der Badehose. Auch zufällig. Aber diese Pfanne sieht auch so du, Schaudi. Ich habe auch so einen großen Koffer. Das ist bestimmt so, was? Hm? Das ist halt deine Abteilung, wirklich. Das ist halt irgendwie, man. Fühlt sich schaum, oder? Die ist fast alles ausverkauft. Die Scheiße. Schaudi, wir haben etwas ganz Wichtiges vergessen. Was haben wir vergessen? Kekse. Was hast du denn zum Teufel? Ich habe die Kekse gesucht. Das ist jetzt ein Running-Gag. Komm, wir suchen jetzt Kekse. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir müssen gar nichts darauf achten. Ich glaube, die ist doch scheißegal. Das ist mir egal. Pass auf. Das ist nämlich so diese Hausmarke. Das ist kranker Schweinkram. Und jetzt kommt das Überding. Das haben wir nämlich vor uns entdeckt. Oder diese glasierten. Das ist die absolute Dickmacher-Formel hier. Aber ich fühle das komplett. Man darf niemals den Markenscheiß kaufen. Man muss immer das Lokal holen. Man muss auch mal die Locals unterstützen. Mehr Localsupport. Wo kommt das her? Portugal, siehst du? Nicht schlecht. Aber die haben halt auch voll viel Kram, die wir auch haben, ne? Irgendwie sind ein Haferkram, den wir ja keine Chance haben, ne? So, wir gehen jetzt wieder wieder suchen. Nach dem Einkaufen waren wir jetzt nur noch auf so einer Aussichtsplattform. Ist eigentlich ganz schick gewesen. Ich packe euch hier ein paar Bilder drunter mit irgendwie Musik und so. Sonst ist nicht mehr wahnsinnig viel passiert. Wir sehen uns morgen beim nächsten Vlog. Bis dann, macht's gut. Der Henk Mann. Tschüssukowski. Ciao. Und abonniert den Kanal. So, tschüss. Die Palmen war zu beschubt.